So, es ist wieder Weinalarmzeit und ich habe hier den S...Sprung vom Geheimrat Dr. von Bassermann-Jordan, mitten aus der schönen Pfalz. S...Sprung ist ein anderes Wort für Fremdgehen. Das Seiten sage ich jetzt nicht, weil da gab es wohl namensrechtliche Probleme, deswegen wurde das mit ... abgekürzt. Warum heißt der Wein Fremdgehen? Weil früher hat man es noch als Fremdgehen angesehen, wenn der deutsche Spätburgunder mit dem Bordeläser Rebsorten Melon und Cavani Sauvignon vermählt wurde. Heutzutage sieht man das anders, da ist das nicht mehr so exotisch. Die Klimaerwärmung hat ihres dazu beigetragen, in der Pfalz ist es richtig schön warm geworden und Melon und Cavani Sauvignon gedeihen da mittlerweile prima. Dies ist eine Cuvée aus 25% Spätburgunder, 25% Melon und 50% Cavani Sauvignon. Das Ganze reifte dann für 8 Monate in Französischer und Pfälzer Eiche. Da kommt wieder so ein bisschen dieses Französisch und Deutsche zusammen. Der Wein ist insgesamt sehr samtig, sehr voll, sehr rund. Der Spätburgunder bringt so ein bisschen Eleganz rein, aber natürlich auch seine samtigseidige Art. Der Melon ist eher fruchtig, aber auch samtig mit ganz samtenen Terminen. Und Cavani Sauvignon, die Hälfte davon, bringt halt diese Cavani Sauvignon Würze, die einmalig ist. Die Königin der Rebsorten trägt ihres dazu bei. Wir haben dem Wein 91 Punkte gegeben und die hat er auch voll verdient. Das ist ein klasse Wein aus der Pfalz, der richtig Spaß macht und jetzt im Weinalarm halten noch mehr Spaß macht, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja schon sensationell gut. Da haben wir einen einmaligen Schnapper gemacht und ihr solltet davon profitieren. Der Wein passt mega zu Lammgerichten, Rindergerichten, Wildgerichten, Wildschweingerichten. Also alles, was man im Winter gerne mag, alles, was Spaß macht, zusammen mit Rotwein, das passt auch super zu diesem Wein. Also, Weinalarm jetzt eine Woche lang vergünstigt, solltet ihr nicht verpassen. Ein klasse Wein aus der Pfalz und wie ich euch kenne, wisst ihr da schon Bescheid und wisst, was jetzt angesagt ist, nämlich bestellen, Leute. Bestellen, bestellen, bestellen. Wir haben nur die eine Palette, die muss weg, also schlagt zu. Also, wir haben nur die Palette, die muss weg, also schlagt zu.